Team Deathmatch Wir haben den Vorteil verloren Pass auf, pass auf, um die Ecke Oh shit, Alter, ne, da geh ich nicht raus, das ist mir ein bisschen too much da hinten Okay, der Level 15, der geht vor, los, mach was So, dann machen wir doch mal Nice Wie gesagt, ich werd mir das Spiel auf jeden Fall kaufen, aber wär halt geil, wenn wir mal ein paar Leuten zocken können, weil alleine ist glaub ich nicht so geil Oh shit Meinst du die neue Version oder dieses alte Remastered? Ich werd mir Infinite Warfare kaufen plus dieses Remastered, was da halt dabei ist Weil, Funfake nebenbei, das Spiel, Modern Warfare Remastered, so als Disc-Version kostet 40€, aber wenn du Infinite Warfare plus Modern Warfare Remastered kaufst, kostet es auch nur 40€ und du bekommst halt zwei Spiele Ich mein Infinite Warfare Kannst du das nicht irgendwie auf... Also ich glaub, das kriegt man auch irgendwie günstiger als 40 Ich mein, das Game ist ja nicht seit... heute draußen Naja, seit ein paar Wochen Kann man das erst Standalone kaufen Hä? Das kann man erst seit ein paar Wochen Standalone kaufen, sonst war das immer nur als DLC dabei So, Drohne ist raus Weil Infinite Warfare, ich sag mal so, wenn du nur Infinite Warfare haben willst, ne, das kostet irgendwie nur 15€ oder so mit Disc-Version Nice Alle Perks So Mal schauen, was die Vorräte so bringen Erstmal Hunter Killer, die sowieso nichts mehr bringt Die Killer Drohne eingesetzt Hä, Alter Natürlich keinen Kill bekommen, nicht mal nen Hitmarker Der Hurensohn, Alter, oh sorry, dass ich... das war... das war... das war... sorry Ja, 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 ja Rysix, Rysix, das ist scheißegal, ob Beleidigungen oder nicht, Alter, weil das Video kann ich eh nicht monetarisieren, Digga Ne, das Ding ist, der war gerade vor... der war gerade... der ist gerade um die Ecke gekommen, er hätte mich fast bekommen, ne Er hätte mich fast bekommen, bevor ich meine Vorräte genommen hätte Und dann hätte er meine Vorräte bekommen, ne Und rate mal, was in meinen Vorräten drin ist Guck einfach mal jetzt nach, guck einfach nach, was jetzt kommt Ja, das wär schon ein bisschen scheiße, ne Ja, das wär ein bisschen scheiße, oder? Oh boy Alter, ich hab endlich mal wieder eine Skaha in der Hand seit Ewigkeiten Und bin direkt gestorben, Alter Alter, wollte ich nacheinander voll... leck mich Äh, Alter, nach so langer Zeit endlich mal wieder eine Skaha gehabt, ne RIP MY LIFE Oh, ich will unbedingt eine Skaha nicht Äh, ne So, zack, zack, so sind die Kills Ich mach mir Da sind die, da sind die Kills Oh, schon wieder alle Vorräte, Alter Erstmal Vorräte raushauen, schon wieder Ja, da ist bestimmt die ganze Zeit immer nur so eine 3er-Streak-Dinger drin, Alter, safe call Zack, zack Schon wieder... und weißt du, warum hab ich die Hunter-Killer die ganze Zeit überhaupt? Ich hab von den letzten 10 Hunter-Killer nicht einen Kill bekommen Alter Läuft das bei dir nicht so gut, ne? Ich hab grad noch Wächter bekommen Wo soll ich den Wächter hinpacken? Keine Ahnung Überleg dir was, Digga Warte, ich weiß wohin Ich weiß, ich weiß wohin, ich weiß wohin So, zack, zack Ska, Ska, Ska Nice Volles Magazin sogar noch Ist Wächter das Ding, das schießt oder das Ding, das so... Das Ding, das steht in so komischen Wellen macht Boah, 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 Internetprobleme Oh mein Gott, was denn? Ich denk mal gleich Verbindung zu meinem Host Alter Hast du's auch grade? Hallo? Nein Wechsel zum Host, war so klar War so klar, Alter Ich bin grad die ganze Zeit nur noch von A, A, B hin und her geglitscht in der Lobby Holy Shit Oh man It's hurt It's hurt It's hurt Scheiße, ich hab meine Switcher gar nicht rausgenommen Von dem DBR Ja, Von Trek am Rande Wir wollten, oh nice Nice, Alter Ich hatte Ordnung, ich hatte alles Ich weiß, für mich war das auch grad ne gute Runde Für mich war das auch grad ne gute Runde Aha Kannst halt nix machen, ne Kannst halt leider nix machen Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ne zweite Runde hinterher Aber sonst ist die Folge vier zu kurz Vier zu kurz Das war voll Oh shit, Leute, das ist eine Special-Folge, Alter Zwei in Einzügen Leute, das ist mein 10.000 Abonnenten-Special, was ihr hier gerade seht, yo Das ist mein Abo-Special jetzt Spontan, Alter Spontan, Junge Ich hol jetzt mal kurz meine Switch aus dem Token Station Wir wollten eigentlich Ja, wir wollten eigentlich abends aufnehmen Beziehungsweise halt zocken Und es hat nicht geklappt Wann? Warte mal, was war das gerade? Wann wollten wir aufnehmen? Abends? Du meinst 14 Als ich dir geschrieben hab, dass wir 14 Uhr aufnehmen Ach, Arms Ach, Arms Ach, Arms Das ist schwierig, ich verstehe ja da und Arms Arms Aber man konnte nicht Also man konnte weder irgendwie Leute einladen Wir haben richtig auf Kampf versucht So Die ganze Zeit so Yo, wir sollen jetzt auf 3 So die ganze Zeit Wir haben so 20 Mal versucht Aber es hat nicht geklappt Wir sind nie in die selbe Lobby reingekommen Also richtig lächerlich von Nintendo Dass man nicht irgendwie zusammenzocken kann Ja, das kann man aber nur in der Vollversion Auch wenn es so ne Demo ist Ja Ja, trotzdem ist es lächerlich Ich weiß, wenn du ne Demo Das ist wahrscheinlich so, Alter Wenn du mit deinem Kumpels spielen willst, ne Hier, geh mal ein bisschen Geld aus Zahl Geld Wir wollen den Money Rain Also mach was So nach dem Motto So wie Xbox jetzt mit den Minecraft Servern Was du gesagt hast Ja, ja, oh Da fließt es Die Junge die sprühen Die fließen Alter Die regnen Es regnet jetzt jeden Tag Nur noch Kohle für die Ja So wie er es gesagt hat Mit den neuen Servern Von Minecraft Ja Auf der Xbox One, Alter Der soll ja richtig Geldregen Armisch dort sein Ja, ich hab ja schon die Demo Beziehungsweise, was heißt Demo Ich hab die Beta schon Und ja Sehr, sehr Äh Hast du ein bisschen Geld da gelassen? Rysix? Ne, ne, hab ich nicht Noch? Was? Wieso nicht? Die wollen doch jetzt Geld machen Du kannst doch Microsoft nicht Die Geldquelle so Du kannst dir das so nicht gönnen, Alter Du musst ein bisschen gönnerhaft sein Ja, Mann Ich bin kein Gönner Kauf dir mal ein bisschen DLCs und so Kauf dir mal ein paar Skins Weil ich Alter, so bitter Wenn Shader Also irgendwie Irgendwie leckt die, glaube ich, ein bisschen Ja La Ja, boin Haha, er rennt einfach in meine Kugel rein Das war ja mega geil Ich schieß auf einen Und er rennt einfach in meine Kugel rein Und kriegt einen Headshot Ja, Mann Als ob ich da rein renne, yo Wow Fuck von der Seite Okay, die Waffe ist definitiv nicht so geil Komm, noch ein Kill Dann hab ich alle meine Perks wieder Komm schon, Vorräte Noch ein Kill Als ob ich ihn nicht bekommen hab Egal Hunter Killer raus oben Willst du wohl einen Kill machen? Nein Natürlich nicht LOL Meine Granate hat einen Kill gemacht Dafür Ich hab einfach random meine Granate geworfen Der hat gerade einen Kill gemacht Oh, der hat einen Kill gemacht Die Hunter hat tatsächlich einen Kill gemacht Alter, warum ruckelt das hier gerade so hammerhart? Ist doch nicht normal, Alter Ha Na rum von hinten Alter, Ultra hinten Erstmal wieder die Waffe Oh, mit Pumpgun würde ich gerne mal wieder rumrennen Ich hab schon seit Ewigkeiten in Call of Duty nicht mal mit der Pumpgun rumrennen Ey, du hast diesen Mini-Ruckler hier, ne? Alter, leckt mich Boah, es leckt so hart, Mann Holy shit, was explodet hier die ganze Zeit Ja, hier ist gerade ein Auto nicht mehr in die Luft geflogen Das war schon leicht laut Ähm, ich denke mal der Server crasht hier gleich wieder Ja, wusste ich's doch Wusste ich's doch Mann, ich hab grad jemanden geholt Was ist denn hier los? Inwiefern wir jetzt wieder im Hauptmenü kommen Würde ich die Folge dann gleich beenden Dann suchen wir uns eine andere Lobby Weil das ist ja hier gerade Wir sind halt nie so geil, ne? Ja, nein Oh, es geht weiter Der ist direkt vor mir Ich kann ihn holen, ich kann ihn holen Er kann nichts tun Er kann nichts tun Er kann nur zugucken Nein In 10 Sekunden bist du tot, mein Freund Oder er holt dich In 10 Sekunden bist du tot Hol die dann in den letzten Sekunden Nein, er guckt in die andere Richtung Gleiche, gleiche links unten Rising's tot Ey, niemals 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 Ich krieg dich Na, verdammt Das wär jetzt Das wär jetzt zu geil gekommen Irgendwo hier ist ein übelst krasser Camper am Start, ne? Ich find ja dauernd Schockladungen Dann irgendwelche komischen Tellermien-Dinge Ich bin ja alleine gegen gar keinen Weder Freunde noch Gegner Doch, bei mir sind gerade welche unterwegs Ach, die Lobby ist ganz schön wittig Wir sind gerade 3 gegen 4 Wir 3 gegen Alter, ich dachte Ich hab grad in die Lobby reingeguckt Oh mein Gott Ja, du bist grad Du bist grad direkt vor mir gespawnt Du warst auf einmal Bumm, da Ich bin nicht gespawnt Ich war nur kurz im Menü Nein, aber du bist bei mir einfach auf einmal da gewesen Du standest gar nicht da Aber ich komm um die Ecke auf einmal Bumm, stehst du da Hä? Was ist jetzt los? Alter, die Server sind heute so am Arsch, Alter Mein Gott Wir sind nicht mal mehr in einer Lobby Wir sind nicht mal in einer Party drin Ich würde auf jeden Fall sagen Wir beenden hier die Folge Äh, gleich noch in der nächsten Uf Äh, sehen wir uns dann in der nächsten Folge Bis dann, oder? Wir sehen, tschuhus Tschau